Hallo alle Feinschmerker, heute werden wir lernen, wie man Hot Dogs und Macaroni Gürtchen Reihe Nummer 1 beim Kochen ist Mastem, was sie zuhause in der Kutche beginnen. Also lasst uns profen, was wir im Kühlschrank haben. Tja, wenn sie ein bisschen nur gerne in den Kühlschrank schauen her, so können sie sofort eine grobe Wurst an dem Käse. So nimmt es und dann nicht, denke ich. Nun haben wir die Wurst und Nudeln in der Regel in der Regel in der Speisekammer zu finden. In der Tat, da haben wir Macaroni. Dann habe ich in der Regel durch die Gewungen vom Rosten, um zu sehen, was sie für die Arbeit mit zu starten können. Sie wissen, wenn sie öffnen ist, hat sie wagen. Dann kannst du Essen tun unter einem Käsenhoffel und Löcher in der Tache. Dann wird geschnitten und getrocknet und her servieren die Wurst. Dann muss nicht so sein, dass sie werfen können. Nun kommen wir zum dritten Schritt kommen. Abschliffe die Wurst. Ist nach etwa der Hälfte der Wurst. Ja, 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 ja. Der verdammt gut aussehen. Das baut uns seit einer. Es ist besonders wichtig, um die Haut der Wurst empfänden, weil sie ja nicht wie Welle andere Wurst essen können. Man sollte damit die Haut auf der anderen Wursten beleben. Sie sind sehr wohl, natürlich. Ich mache für gewöhnlich einen festen Griff auf die Wurst und halte sie sehr nach unten auf der Schiene breit. Dann muss ich so schlecht geschnitten, sodass es ordentlich und Wursten ist. So, jetzt ist es Zeit, die Macaroni kochen. Ein professioneller Tipp, um die Umwelt zu retten, ist, um Wasser in eine Kessel kochen. Jetzt ist es Zeit, zu bringen den Topf. Elsterl. Es schlägt uns in die Klisterplatte. Jetzt ist es Zeit, in die Macaroni gehen. Hoppla, jetzt plumpst, sind wir in die Kessel. Nächster Schritt ist, braten Sie die Würst. Dann nehmen wir die Pfanne ein paar, bitte. Das hat auf der höchsten Wärme zu beginnen. Ich teile natürlich, für mich ist lieber Olivenöl. Eisbude in der Pfanne. Wägen Sie nicht auf dem Luft verdrehen. Dort können dann gehen, nur in der Würst werfen. Das Steck und Kochen. Du, du hast, du hast mich. Flippwurst. Du, du hast, du hast mich. Geben Sie die Nudeln in ein Sieb. Du hast mich. In Wurst auf einer Plade. Du hast mich. Wägen Sie den Macaroni auf der Plade. Und eine Glüschen. Mann. Geil Job. Nur. Das Essen entfertigt. Du. Du hast. Geil Job. Geil Job.